So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Syndicate Games auf dem MultiCube Server. Es regnet leider leicht im Hintergrund, ich habe eben gerade schon mal aufgenommen, da hat es volle Pulle gerechnet. Da hat man nicht ein Wort verstanden, bzw. als ich es dann rausgefiltert habe, hat das extrem komisch geklungen. Deswegen, Leute nehmen lieber Regen auf, das muss ich mir auch merken. Also, das war ein bisschen schade eben gerade, weil die Aufnahme auch noch relativ gut gelaufen ist. Also, ich habe relativ gut gespielt. Ja, oh, das wäre fast mein Tod gewesen gerade. Das wäre doof gewesen. Ich will jetzt aber... Oh, 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 ich muss hier raus, ich muss hier weg, runter. Ja, ich habe leider noch gar nichts, ich hoffe ja, dass er gleich kommt. Und ich ihn ins Feuer schubsen kann. Oh, hier war ich glaube ich schon selber dran. Ich bin gerade einmal im Kreis gelaufen, das macht auch Sinn. Da oben ist eine Truhe, komme ich da irgendwie hoch? Ja. Hier gibt es ja Gott sei Dank keinen Fallschaden auf den Syndicate Games. Ah, der Regen wird weniger, das ist ein positives Zeichen. Yes, ich habe ein Schwert. Ich habe auch ein Gehirn. Wo ist der Gegner? Kann mir das jemand sagen? Ich sehe ihn nicht. Da oben ist eine Truhe, die sehe ich aber. Au. So, ich weiß auch gar nicht, das dachte ich immer viel zu selten drauf. Was? Was? Achso, er ist ins Feuer gesprungen, geil. Ja, das macht Sinn. Ich setze hier bei Syndicate Games auch keine Cuts, weil das relativ flink geht, einen neuen Server zu finden, beziehungsweise ein neues Spiel. Ich spiele jetzt Winter als nächstes. Ich versuche, ich spiele auch immer als unequipped. Da hat man nicht von Anfang an einen Bogen und ein Schwert. Viel besser. Ja. Oh. Leute, edit keine fremden Leute bei Skype. 90% davon sind Pädobären. Pädobären. Oh, das sieht doch schon mal ein guter Anfang aus. Mensch, ich vergesse jedes Mal, dass ich mir das doch auf 1 lege. Oh, da ist eine Truhe. Schön beleuchtet. Ich glaube, die andere Seite startet direkt mit Enderperlen. Oh, also direkt vor der Nase. Da hat er einen kleinen Vorteil. Oder sie. Ich habe wieder auf den Namen nicht geachtet. Das ist eine schlechte Angewohnheit von mir. Ich entschuldige mich. Oder bitte entschuldigt mich. So heißt das ja eigentlich. Man kann sich ja nicht selber entschuldigen. Wer nennen muss er hin. Müssen einen die anderen Leute entschuldigen. So. Deswegen dürfen Eltern eigentlich auch nicht in eine Entschuldigung für die Schule reinschreiben. Hiermit entschuldige ich meinen Sohn. Weil. Oh. Scheiße, ich bin tot. Ich habe durch mein Blut nichts gesehen. Oh. Kippen ist schwer. Oh. Ja. Ähm. Ach. Ich will doch da hinspringen. Ich setze ja keine Cuts. Ich wollte gerade wieder einen Cuts setzen. Also schlecht. Äh. Kavernen. Da spiele ich mal eine Runde Kavernen. Habe ich in der ersten Folge zwar schon gespielt. Also ich glaube sogar zweimal. Aber die ist recht knackig. Kurz. Und macht Spaß. Oh. Und ich habe direkt hier Fläschchen. Bringt mir aber nichts. Solange ich hier im Spinnnetz festklebe. Äh. Oh, ein Schwert. Das ist ja nett. Na. Kommt er direkt zu mir her oder? Das hatte ich ja auch schon mal. Dass der direkt. So, so, so. Zu mir her gekommen ist. Habe ich den Verzauberungstisch auf meiner Seite? Oder hat er ihn? Äh. Er hat ihn. Schade. Ja. Ich habe fünf Level zusammen. Ist das nicht cool? Ich bin zwar nichts. Oh. Hier oben ist gar nichts. Hm. Hm-hm. Oh, er ist in der Mitte. Oder ist er hier unten? Er ist hier unten. Stirb, 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 stirb. Ha. Yes. Äh. Das sind so kurze, knackige Runden. Diese Map, die fällt mir auch mit am besten. Bis jetzt. Ich habe aber ja auch noch bei. Ja, da bin ich aber nicht dran schuld. Äh. Dass er keine Ender, sie keine Enderperlen werfen konnte. Zirkus. Oh. Zirkus. Ja. Ja, ja. Oh. So. Da hinten ist auch direkt eine Enderperlentruhe. Ich weiß gar nicht, ob beide Seiten Enderperlen haben. Oh. Ist das hier derselbe Gegner? Das kann sogar sein. Oh Gott. Schade. Hier ist nichts drin. Äh. Das dahin, das dahin, das dahin. So. Ich brauche... Oh. Ein Schwert. Genau. Das brauche ich. Jetzt brauche ich den Gegner. Ich mag kurze, knackige Runden. Na, wo ist er? Oder sie? Na okay, direkt reinwaschen ist auch ein bisschen doof, glaube ich. Weil ich mir damit selber ein bisschen Spielspaß nehme, ein bisschen Zeit nehme, die Map zu erkunden. Vor allem weiß ich nicht, wo er ist, dann macht reinwaschen auch eh keinen Sinn. Wenn ich nicht weiß, wo er ist, oder sie, oder es. Ja, ja. Ich sehe auch gar keine Truhen. Macht das Sinn? Hier unten dann weiter zu laufen? Ich werfe mich mal eben da oben hin. Zack. Hoch. So, wo ist es der Gegner? Sieht irgendwer irgendwo was? Ne, ne? Das ist eine riesige Map. Extrem cool gemacht. Ich sehe ihn auch nicht. Ich will hier oben ja auch nicht rumcampen. Das macht ja auch keinen Sinn. Hier drin ist eine Truhe. Wieso habe ich das ungehörte Gefühl, dass wenn ich die Truhe eröffne, erwischt er mich gleich? Warum ich dieses Ender-Auge die ganze Zeit in der Hand habe, das weiß ich auch nicht. Weil bis jetzt habe ich immer nur mich selber erwischt. Und noch nicht einmal den Gegner. Der Regen wird auch wieder stärker. Das ist auch zum Kotzen. Ich weiß gar nicht, wie die anderen Let's Player das machen, wenn es so doll regnet. Weil da kann man die Aufnahme eigentlich schon, wenn es zu doll weh regnet, kann man die Aufnahme wegwerfen. Und das ist dann doch schon ein bisschen störend. Na? Was ist denn mein Gegner? Kann mir das jemand sagen? Ein Stick wäre jetzt schön. Hm. Ein Bogen bringt mir auch nicht viel. Oh. Der hat einen verzauberten Bogen. Der Sucker. Und ein verzauberter Schwert. Fuck, ich bin tot. Ja, ich hänge aber trotzdem noch eine, 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 eine Runde hänge noch dran. Eine noch. Eine noch. Einmal noch. Bitte, ich mach's dann auch, die wieder. Nein, äh. Rewine. Okay. Gegen Antonio. Antonio Cesaro. Äh, ich hänge irgendwie im Bogen, ne? So, jetzt. Äh, da, 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 mit Regen. Regen und Regen. Na, diese Map habe ich auch schon mal gespielt. Letzt war ja Aufnahme, wo es so geregnet hat. Da habe ich hier zehn Minuten oder so nach dem Gegner gesucht. Das war, äh. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich die Map so wegwerfen konnte. Also die Aufnahme. Weil zehn Minuten nach einem Gegner zu suchen, der dann gar keine Waffe hat, das ist dann doch schon ein bisschen schwer. Oh, was war das? Hat jemand das Licht ausgestellt? Oh, geil. Ein Schwert. Oh, ich habe was gehört. Hat jemand auch was gehört? Hallo? Au. Da kriege ich ein halbes Herz Schaden, wenn ich gegen die Wand knalle oder was? Was ist denn da der Sinn? Endappellen machen keine Schaden, aber wenn man sich gegen die Wand wirft, dann gibt das Schaden. Hier wäre so ein Kompass geil, der auf die Gegner zeigt. Oder auf dem nächsten Verzauberungstisch wäre auch cool. Weil ich auf dieser Map zum Beispiel keinen Dunst habe, wo der Verzauberungstisch ist. Das ist natürlich dann eher negativ. Ich sehe auch keinen Gegner. Da oben sieht es eher so aus, als wenn da ein Verzauberungstisch sein könnte, ne? Oder? Ich verschwende auch viel zu sehr die Enderperlen, habe ich das Gefühl. Oh, hier ist er schon gewesen. Vielleicht ist er hier sogar ja noch. Ne, hier ist keiner. Mist, 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 Mist. Wer fiel? Mist, Mist, Mist. So. Oh, cool. Noch ein Schwert. Ich brauche ja auch zwei Schwerter. Ein Hühnchen. Hilft mir auch nichts. Jetzt bräuchte ich einen Verzauberungstisch, aber ich weiß wirklich nicht, wo der auf dieser Map ist. Ein Bogen. Ich sehe auch... Oh, da oben ist er. Hat er mich nicht gesehen, oder warum stellt er sich da ohne Probleme an den scheiß Tisch ran? Damit hast du mich jetzt nicht getroffen, mein Freund. Damit hast du mich jetzt nicht getroffen, mein Freund. Ja, das war schlau. Fuck. Warum hat denn die Enderperle nicht funktioniert? Zu weit geworfen, wa? Na, jetzt habe ich ein Problemchen. Jetzt muss ich ihm irgendwie entkommen. Und ich habe kein Essen und... Fuck. So werden die Syndicate Games zu den Hungerspielen. Stirb, 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 stirb. Ja. Boah. Geil. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich den noch packe. Ja. Ich habe gewonnen. Und er schreibt nicht mal, good game. Gemeinheit. Gut, ich beende den Part. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.